Mama Wutz steckt fest, da, ähm, da, äh, seh ich mich, Alter. Ich bin Pepper Wutz. Pepper Wutz ist nun tot. Diese Much-Penny-Mark-Musik, Alter, ich höre, das ist mein Wecker auf Übersteuert. Also ich habe ja zwei Weckmelodien, meine Freunde, die kann ich euch aber gleich hier erstmal zeigen, natürlich. Schön Fisch gekauft, heute gibt es schön See-Ei und, äh, Zanderfilet mit selbstgemachten Bratkartoffeln. Fünf Kilo in der Pfanne großgekocht für die nächsten zwei Tage mit, das ist praktisch. Eine kleine Schnirrinsch kommt angekrochen. Schnirrinsch fressen sehr gerne Pflanzen. Opa Wutz, kannst du Barbara mit in deinen Garten nehmen? Ähm, na gut, dann kümmere ich mich um Barbara. Das sind Minecraft-Sounds. Oh, da. Na, Barbara ist tot. Ist irgendetwas? Ja, es ist ein Krebs. Oh, oh. Digga, what the fuck, yo. Äh. Ey, Digga, das ist einfach nur straight-up Autismus, das ist wirklich, literally nur autistisch. Oh, Junge. Junge! Dieser Opa verblutet währenddessen. Stimmt, seid ihr jetzt ganz müde? Nein! Oh, meine Güte, die kriegen wir dann niemals raus. Tja, da gibt leider nur eins. Ich muss da jetzt rein. Viel Glück! Oh, Digga, die ist doch safe zu fett. Ja, die bleibt da stecken. Oh, ich stecke fest. Hilflose Frau gefangen im Loch. Bin noch im Weg. Nein, 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 jetzt wird es erst geil, Alter. Jetzt wird es erst richtig geil. Reife Mutter steckt plötzlich fest. Wer ist Edmund und wer ist Herr Elefant? Einen ganz schön fetten Rüssel, Aldo. Der Elefant hier. Wir stecken fest. Scheiße, was passiert jetzt, Alter? Hilfloser. Älterer Herr findet zwei reife, hilflose Damen, Digga. 3, 2, 1, Feuer! Was? Was? Wieso hat der eine Kanone? Das war fast auf unser Auto. Der, 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 der. Digger. Was? Gucke ich mir hier an, Alter? Was ist das, Digga? Also. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kann. Wieso war da ein Kind in der Mülltonne? Kinder gehören nicht in die Mülltonne, Kinder gehören auf den Komposthaufen. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufen weiße Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Das war die Oma, ist mir doch egal. Omas gehören auch in den Komposthaufen. Haltungen. So. Stopp. Das ist unser Auto. Wie dumm von mir. Ich liebe recyceln eben. Ja. Tun wir auch. Ach, Junge, Alter. Digga, das ist einfach nur... Opa Wutz, hast du auch dein Handy dabei? Ja, Oma Wutz. Lass es nicht ins Wasser fallen. Nein, Oma Wutz. Ja, er wirbt jetzt ins Wasser. Ist das denn auch an? Ja, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Two seconds later. Polly kann doch zu Oma fliegen. Opa Wutz sagt... Opa Wutz sagt... Hilfe, 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 Hilfe. Hallo Polly, was machst du denn hier? Vogelfutter. Erstmal. Das ist einfach wirklich... Das ist einfach nur noch kompletter Müll. Guck mal. Was machst du denn hier? Vogelfutter. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Und jetzt schneiden wir das Gesicht. Mom, Bro. Ich weiß nicht, ob ein Gesicht so aussieht. Bro. Mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Hilfe. Also ganz ehrlich, Junge, wer sich die ganze Arbeit macht... Richtig, Digga. Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, ich hatte nie wirklich Probleme mit Urheberrechten auf meinem Kanal. Ja. Doch YouTube hat sich jetzt vor kurzem gedacht... In kürzester Zeit, zwei... Carrie1986, Dankeschön für deine 10 Gifte-Subs. Am Nacken. Danke, Mann. Dankeschön. Plus 1 Ehre an Carrie in den Chat. Sofort. Aber sofort, Digga. Ne? Ihr wisst. Normaler User, Sub. Sub-Gifte. Gebt ihr eine Reihenfolge. Oh, shit. Sollte in den nächsten 90 Tagen noch irgendwas passieren, an Urheberrecht bekomme ich auch meinen dritten Strike, was dazu führen würde, dass der Kanal gelöscht wird. Das wollen wir nicht. Es wäre halt sehr schade, wenn das passiert. PurpleDreams, Dankeschön für deinen dritten Sub-Infolge und Yanhee22. Ah, danke für deinen Sub, Bro. Danke, Mann. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Dennoch habe ich zur Sicherheit jetzt einen Zweitkanal, einen Backup-Kanal erstellt. Da könnt ihr natürlich gerne auch vorbeischauen. Der kommt nicht da weiter. Also für euch wird sich nichts verändern, natürlich. Es wird sich alles für uns ändern, hat er gesagt. Das ist dann wieder ein kleinerer Kanal. Aber ich würde auf dem Kanal weiterhin Videos bringen. Tonic3, HappyJackie, Dankeschön für den GIFTEDSUB an Tonic3. Danke, HappyJackie. Darum würde mich freuen, wenn ihr einfach... Digger, ist das dumm. Bro, die ganze Familie stirbt jetzt. Diese wahnsinnigen Augenbrauen. Oh, shit. Nein, Peppa Pig, Digger, bringt einfach komplett YouTube um. Bro, 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 Bro. Oh, shit. Oh, shit. Ja gut, alles klar, ne cool.